Danke Jessica, das war echt kraftvoll, das eröffnet uns diesen ganz intensiven und intimen Moment. Auch wenn es jetzt deutsch war, ich habe dich ein bisschen nachverfolgen können von den Worten. Das trifft unser Herz. Wie Jesus uns da ein Beispiel gegeben hat. Wie er seine Jünger aufgeweckt hat zu der Realität, dass er tatsächlich gehen wird. Und dieses Bild ist ein enorm intimes Bild. Wenn die Juden zu so einem Treffen gekommen sind, dann würden sie sich hinlegen auf die linke Seite. Und dann essen sie mit der rechten Hand von diesem kleinen Tisch. Und dann stellen sie sicher, dass die Füße nach hinten gestreckt sind. Also wenn dann der Johannes mit Jesus redet, dann lehnt er sich so an ihn an. Und es heißt, dass er seinen Kopf, der war wirklich gesehen richtig an seiner Brust. Und er redet zu ihm. So ein intimes und nahes Bild. Die haben also diese Diskussion. Und plötzlich steht Jesus auf. Also in dieser Kultur war es so, wenn der Rabbi aufsteht, dann sind alle aufgestanden. Und er sagt, nein, ist okay so. Bleib ruhig da liegen. Und dann zieht er seine Kleider aus. Und jetzt wird es richtig spannend. Was macht denn der jetzt da? Jesus war sowieso immer sehr interessant, wenn du mit ihm unterwegs warst. Du wusstest nicht, was macht er jetzt als nächstes. Und das ist ein ziemlich kraftvoller Gedanke. Und er hat kein Muster einfach nachkopiert und abgespielt. Er war so offen für die Leitung des Vaters. Einmal hat er in das Auge von einem Blinden gespuckt. Und ein anderes Mal zieht er plötzlich seinen Mantel aus während dem Essen. Und dann fängt er an, die Füße zu waschen von den Jüngern. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie die sich da gegenseitig angeschaut haben am Tisch. Ich meine, wie seltsam fühlt sich das an. Jemand, der Wasser in so eine Schüssel tut. Und er geht da runter und er wäscht deine Füße. Wie heißt du, mein lieber Bruder? Jonathan. Jonathan ist feeling a little uncomfortable right now. Er fühlt sich jetzt ein bisschen unwohl. Und er wäscht seine Füße. Und er macht sie dann wieder trocken mit dem Handtuch. Oh, talk about awkward. Das ist ja wirklich was, was ist denn awkward? Komisch, seltsam. Ja, and they are looking around the table at one another. Und dann schauen sie da an dem Tisch, der sich gegenseitig an. Und dann kommt er tatsächlich dann zu Petrus. Herr, du wirst meine Füße auf jeden Fall nicht waschen. Peter, wenn ich dich nicht wasche, dann gehörst du gar nicht zu mir. Oh, wash my hands and my head as well, not just my feet, Jesus. Und dann meine Hände und mein Kopf und alles. Jesus ist like, chill out. Nein, beruhig dich. Ja, ja, relax. Komm runter. Aber er hat ihnen ein Beispiel gegeben, so dieses Herz Gottes. Er hat ihren Geist aufgeweckt. Und er hatte ihre volle Aufmerksamkeit. Er sagt, ich habe euch jetzt hier ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, liebt einander. Was bedeutet es, einander zu lieben? Jesus sagt, ihr Lieb für einander, wird dieser Welt beweisen, dass ihr meine Jünger seid. Und er sagt, auch die Einheit, die ihr habt, wird beweisen, dass ich vom Vater komme. Das ist das Herz des Evangeliums. Diese radikale Liebe Gottes. Und dann entfaltet es Jesus und erklärt es ihnen. Und das ist meine Botschaft von heute. Lass uns etwas Wunderbares für Gott tun. Lass uns etwas Schönes für Gott tun. Die Mutter Teresa, die hat diesen einen Satz immer und immer wieder gesagt. Und recently, you know, I've always known about her, but I never really studied her. Ich wusste nicht so viel über sie und ich habe sie auch nicht richtig studiert. Aber ihr Beispiel an Liebe hat mich richtig herausgefordert. Das Erste, was ich anschauen möchte, ist, was Jesus zu Philippus gesagt hat. Er sagt, der Vater, der in mir lebt, der tut sein Werk durch mich. Und das ist auch unsere Realität mit Jesus. Es ist dieser Jesus, der in uns lebt. Der sein Werk durch uns tut. Dass wir, you know, to be a Christian sein können. Dass wir ein kleiner Christus sein können. Das ist eine sehr, sehr herausfordernde Idee. Weil durch die Kraft des Geistes, es ist Jesus, der durch uns arbeitet. Das ist okay. Es kann nicht mehr runtergehen. Das ist okay. Jetzt ist es fixiert. Hier geht es. Eine Mutter Teresa, sie hat eine sehr interessante Metapher gemacht. Die Mutter Teresa, die hat einen sehr interessanten Dienst gehabt. Oder Metapher. Die hat ein super Bild verwendet. Und sie hat einen Vergleich gezogen von unserem Leben und von elektrischen Geräten. Sie hat gesagt, es gibt so viele verschiedene Kabel. Manche sind lang, manche sind kurz. Manche sind teuer, manche sind billig. Manche alt, manche ganz neu. Aber sie sagt, solange der Strom durch sie durchfließt, solange kein Strom durchfließt, wird auch kein Licht da sein. Dieses Stück Kabel, das bist du und das bin ich. Dieser Strom ist Gott. Wir haben die Macht, dass diese Kraft durch uns durchfließt. Gebrauche uns. Und gebrauche uns, das Licht in dieser Welt hervorzubringen. Und es ist dieser Ausdruck an Liebe, die wir einander gegenüber zeigen. Die wir einander gegenüber ausdrücken, demonstrieren. Und das lässt die Kraft Gottes frei in unser Leben hinein. Meine lieben Freunde, es geht nicht so sehr um Gefühle. Es geht um Taten. Und je schwieriger die Herausforderung ist, desto größer muss der Ausdruck der Liebe sein. Und je größer ist dann am Ende auch die Kraft Gottes, die durch unser Leben fließt. Dass sein Wille geschieht. Es geht gar nicht darum, dass wir so viel Großes für ihn tun. Aber es geht um die Menge der Liebe, die wir dann in Aktion bringen. Das macht es richtig schön aus Gottes Sicht. Und wenn wir so leben, und wenn wir so handeln, können wir ganz erstaunliche Dinge tun. Auch wenn du vielleicht denkst, es ist ganz klein. Es geht nicht nur um Sentimentalität oder Emotionen. Ich erinnere mich an eine Geschichte von ein paar jungen Leuten von unserer Bibelschule in Jugend mit einer Mission. Die waren so 14, 15, 16 Jahre alt. Und sie waren auf Haiti, um dort einen Einsatz zu machen. Und sie waren so mutig im Geist. Sie hatten richtig Mut. Und sie waren für die Kranken gebeten, wir waren evangelisieren für Jesus. Und dann sind sie in Haiti, in diese kleine Stadt gekommen. Wir sind hier, um für die Kranken zu beten. Jemand krank hier? Ja, da hinten am Ende der Stadt ist ein Kranker. Und so haben sie an die Tür geklopft. Niemand hat die Tür aufgemacht. Haben sie die Tür einfach selber aufgemacht, haben reingeschaut. Und dann haben sie sich selber willkommen geheißen im Haus. Und da war eine Frau, die lag auf dem Bett. Und sie schaute richtig krank aus. Sie hat sich überhaupt nicht bewegt. Und dieses Team hat sich um sie herumgestellt. Und haben sie für sie gebetet, in dem Namen Jesu. 14, 15, 16 Jahre alt. Und sie haben Amen gesagt. Und dann hat sich die Frau aufgesetzt. Und jemand kam dann zur Tür rein. Und der hat dann gesagt, was macht denn ihr hier? Ja, weil ich bin ihr Ehemann. Und die haben gesagt, ja, Jesus hat deine Frau gerade geheilt. Ganz radikale Teenager. Und er hat gesagt, nein. Nein, ist nicht so. Gott hat meine Frau nicht einfach so geheilt. Sie ist letzte Woche, letzte Nacht gestorben. Und ich war gerade draußen, habe alles organisiert. Und die jungen Leute sagten, well, thank God, we didn't know that. Wir danken Gott, dass wir nicht gewusst haben, dass sie tot war. Wir hätten nicht den Mut gehabt, für sie zu beten. They didn't feel particularly spiritual. Sorry? They didn't feel particularly spiritual. Also sie haben sich gar nicht so geistlich gefühlt. Aber die Kraft Gottes wurde freigesetzt durch ihre Aktion. They obeyed him. Sie haben ihm gehorcht. Und Gott hat das Wunder getan. Und viele Leute kamen zum Herrn. Und dieser Mann, das war der Zauberer vom Ort. Und darüber redet Jesus. Sind wir gegenwärtig für seine Realität? Weil es ist ja sein Geist, der in uns lebt. Der durch uns wirkt. Und wir als Christen, wir sind dazu berufen, uns immer dessen voll bewusst zu sein, dass seine Gegenwart in unserem Leben ist. Und es ist so einfach, abgelenkt zu werden. Weil unsere Leben sind so beschäftigt. Und wir können ganz schnell abgelenkt werden. Und plötzlich fangen wir an, in zwei verschiedenen Welten zu leben. Aber wie bringen wir das denn zusammen? Wenn uns klar ist, dass die Gegenwart von Jesus in unserem Leben ist. Und es ist tatsächlich so, wir können die Werke tun von Christus in unserem Leben. Und die größten Werke von Christus sind Werke der Liebe. Wenn wir also da in Situationen sind in unserem Leben. Wenn wir einfach nicht lieben wollen. Wenn du da in einem Kampf bist mit deinem Partner. Und du bist so richtig voll. Also Susie und ich, wir kennen das gar nicht. Für uns ist immer totaler Frieden. Also meine Frau ist eine richtig starke Person. Und ich bin so dankbar. Weil wenn wir dann in einem Konflikt stehen. Das ist dann eine Gelegenheit. Liebe zu zeigen. Stimmt das? Also wenn wir nie in Situationen kommen, wo wir auch Liebe zeigen müssen. Können wir dann wirklich Liebe zeigen? Oder sind wir einfach so in einer Aura der Liebe? Right? Aber darüber redet Jesus. Liebt einander. So wie ich euch auch geliebt habe. Liebt einander. Also wir sollten Gott für diese Zeiten besonders danken, wenn es schwierig ist und wenn wir eigentlich nicht lieben wollen. Weil dann können wir Liebe so richtig zeigen. Und das setzt die Kraft Gottes frei. Und dann können wir seine Liebe in den richtig wichtigen Zeiten erleben. Ich bin gerade erinnert an ein Beispiel. Also meine Familie ist immer so perfekt. Wir haben drei Kinder. Und da gab es Zeiten, bevor die Kids in die Schule kamen, da haben die geredet miteinander und nicht nett. Die haben da gekämpft. Und dann habe ich gesagt, raus ins Auto, wir gehen jetzt in die Schule. Und dann hocken wir da im Auto. Und dann ist es ganz ruhig plötzlich. Sie sind so sauer aufeinander. Aus einem Grund oder aus dem anderen. Und dann fahre ich raus auf die Straße. Und dann kam mir eines Tages die Idee. Liebe Leute, wir spielen das Positivspiel. Was ist denn das? Du sagst, was Positiv ist über Levi. Das will ich jetzt nicht. Aber das ist das Positivspiel. 20 Sekunden absolute Stille. Levi lebt. Immerhin ist ein Anfang. Und dann, Levi, du sagst jetzt was Positives über Gabriel Joy. Und dann ging es so einmal im Kreis herum. Und als wir dann den Berg runtergefahren sind, und dann hat die ganze Atmosphäre sich verändert. Es war nur ein kleines Beispiel. Aber es ist ein Beispiel, wie wir Liebe tatsächlich praktisch tun können. Und ihr könnt mal meine Kids über das Positivspiel fragen. Jedes Mal, wenn die sich so streiten, da komme ich mit dem Spiel. Wir hassen dieses Spiel. Aber es funktioniert. Das ist nur ein kleines Beispiel, aber hier können wir Liebe ausdrücken. Wenn wir eine Aktion bringen, wo Liebe gezeigt wird, dann wird die Kraft Gottes freigesetzt. Nur eine kleine Darstellung. Aber es zeigt so das Herz von dieser Liebe. Manchmal wollen wir große Dinge für unseren Gott tun. Und das ist auch sehr wichtig. Und ja, ich möchte auch große Sachen für Gott tun. Aber es fängt zu Hause an. Es fängt in der Familie an. Es fängt in unseren Beziehungen untereinander. Manchmal ist es sehr einfach, jemanden ganz weit weg am Ende der Welt zu lieben. Und vielleicht leichter, als die Liebe zu zeigen, zu dem, neben dem du morgens aufwachst. Es ist manchmal einfacher, einen Teller Reis zu einem Hungrigen zu geben, als die Einsamkeit zu trösten, oder den Schmerz von jemandem, der in unserem eigenen Zuhause ist, der die Liebe gar nicht spürt. Es fängt mit denen an, die uns am Nächsten sind. Ein zweites, wo Jesus uns aufmerksam hinlenkt, ist der direkte Fluss von diesem Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird die gleichen Dinge tun, die ich getan habe. Ja, das macht ja Sinn, oder? Weil wenn wir in der Kraft des Geistes leben, dann werden wir die Werke von Christus tun. Ich kann mir vorstellen, wie die sich dann da angeguckt haben, in dem Kreis. Lazarus wurde gerade auferweckt von den Toten. Und er hat sichergestellt, dass er richtig tot war. Vier Tage tot. Das ist richtig tot. Und die Martha hat es ja zu ihm gesagt. Er ist schon vier Tage tot. Ja, das stinkt richtig hier. Jesus hat sichergestellt, Lazarus war tot, tot. Und aber die Dinge sind passiert. Und das ist schon ein herausfordernder Gedanke, du wirst die gleichen Dinge tun, wie Jesus. Und dann sagt er noch, ihr werdet sogar Größeres tun. Und die hatten überhaupt keine Möglichkeit, es irgendwie zu verstehen. Lasst uns die Werke von Christus tun. So hat es auch Mutter Teresa gemacht. Sie hat als Nonne gelebt in einem Kloster. Und 1964 hat sie den Ruf Gottes gehört. Dass sie als Nonne leben soll, zusammen mit den Armen. Und sie hat Gott gehorcht. Das ist, was es braucht. Gehorsam zum Wort Gottes in unserem Leben. Und dass wir wörtlich gesehen ihm gehorchen. Und das nicht alles so rationalisieren. Es ist manchmal so einfach, sich aus Dingen rauszureden. Vor allen Dingen dann, wenn es darum geht, dass wir aus unserer Box raus müssen. Und Mutter Teresa hat es Jahre gekostet, oder Jahre gebraucht, bis sie ihm so richtig gehorchen konnte. Aber schließlich konnte sie genau das tun, was sie tun sollte. Und ein Teil ihres Dienstes war, dass sie zu denen gegangen ist, die da auf der Straße gestorben sind. Und sie hat sich um sie gekümmert. Hört ihr mal die Geschichte an. Einmal habe ich einen Mann geholt von der Straße geholt. Sein Körper war voll mit Würmern. Sie haben da in seinem Fleisch gelebt. Ich habe ihn zu unserem Haus gebracht. Und was hat dieser Mann gesagt? Er hat nicht geflucht. Er hat niemandem die Schuld gegeben. Er hat einfach nur gesagt, ich habe wie so ein Tier in der Straße gelebt. Und jetzt bin ich bei jemandem wie ein Engel, und der kümmert sich um mich. Er hat uns drei Stunden gebraucht, ihn sauber zu machen. Und dann hat er eine Frau angeschaut, eine Schwester von uns, und gesagt, Liebe Schwester, ich gehe jetzt nach Hause zu meinem Gott. Und dann ist er gestorben. Ich habe noch nie so einen starken Ausdruck an Lächeln gesehen in dem Gesicht eines Mannes, wie ich das bei diesem einen Mann gesehen habe. Und er ist nach Hause gegangen, zu Gott. Schau mal, was Liebe tun kann. So eine einfache Tat. Und sie hat etwas Wunderschönes gemacht, für Gott. Sie fordert uns heraus. Lasst uns die Werke von Christus tun. Und wie ich schon gesagt habe, es geht jetzt nicht darum, dass wir etwas ganz Großes tun. Aber es geht um die Intensität an Liebe, die wir in die Sache reingeben. Sind wir wach zur Realität der Liebe? Sind wir willig zu sagen, Ja, Herr. Gebrauche mich. Ich möchte das Licht sein in meiner Welt. Und liebe Freunde, wenn ihr etwas tun müsst, was schwierig ist und was hart ist, je größer die Herausforderung, je größer ist dann auch die Liebe. und je größer ist dann am Ende auch der Ausdruck des Geistes, der durch unser Leben fließt. Apostel Paulus sagt, er freut euch in allen Umständen, wenn die Dinge gut sind oder wenn die Dinge sehr schwierig sind. Denn selbst wenn sie schwierig sind, es gibt uns eine Gelegenheit, die Kraft Gottes frei gehen zu lassen aus unserem Leben. Und ich bin erinnert worden an eine Sache zehn Jahre. Ich habe um Erweckung gebetet und persönliche Transformation, Veränderung. Susie war in Swaziland. Die war da in einem Einsatz. Wir haben da ein Waisenprojekt angefangen. Und ich habe da gebetet und zu Gott gerufen. Und als ich da mein ganzes Herz ausgegossen habe vor Gott, dann hat er in meinem Herz gesprochen. Ich habe es nicht physisch gehört, aber klar in meinem Herz. Lern das Neue Testament auswendig. Das ist dein Job. Und ich war so schockiert. Ich habe gedacht, Gott sagt was ganz Nettes zu mir. Ich habe gedacht, er tut sein Arm da um mich rum. Du bist mein so geliebter Sohn. Du bringst große Freude für mich. Und ich habe gedacht, das wäre das Richtige gewesen. Und dann gibt er mir diese Wahnsinnsherausforderung. Ja, weißt du Gott, ich bin doch so beschäftigt. Ja, ich habe einen vollen Terminplan. Ich bin ein Leiter. Ich habe verschiedene Dienste. Ich bin Vater und ein Ehemann. Wo finde ich denn Zeit für sowas? Und dann weißt du, was Gott gesagt hat? Nichts hat er gesagt. Er hat gar nichts mehr gesagt. Das war echt eine Herausforderung. Aber die Frage an meinem Herz war, wirst du es auch tun? Ohne, dass du es verstehst. Ich will es verstehen. Dann kann ich es auch den Leuten erklären. Aber er hat mir einfach diese Herausforderung gegeben. Also Gott hat daraus so vieles gemacht, ich kann das jetzt gar nicht alles erklären. Aber es braucht diesen Gehorsam zum Wort Gottes. Und das setzt dann seine Kraft frei. Du betest Gott, tu große Sachen. Dieser Ruf an mich, der ist in den Dienst, hat er sich entwickelt in 35 Länder hinein. Ich sage einfach, wow, das war Gott, der das gemacht hat. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Aber was möchte Gott mit dir tun? Wie kannst du sein Licht leuchten lassen? Und die dritte und auch letzte Sache. Er sagt, du kannst in meinem Namen für alles beten, was du möchtest. Und dann werde ich es tun. Also Jesus sagt ja nicht, wir sollen für alles mögliche Zeugs beten. In der hebrischen Kultur da gibt der Name auch wieder den Charakter von einer Sache wieder. Also wenn wir in Übereinstimmung mit dem Willen von Christus beten, dann wird er antworten. Dann wird er es tun. Sein Willen durch uns. Also dieser ganze Lebensstil bringt uns wieder in eine enge Intimität mit Jesus. Ich glaube, meine Zeit ist jetzt auch fast schon rum. Aber das ist die Herausforderung, die ich heute bringen wollte. Bist du bereit, etwas Wunderschönes für diesen Gott zu tun? in deinen Familienbeziehungen, zwischen Ehemann und Ehefrau, zwischen Pärchen oder Familienangehörigen, Geschwistern, sind wir bereit, diesen Akt der Liebe zu tun und füreinander? Sind wir bereit, diese Schritte zu gehen, wenn es dann hinausgeht in die Gesellschaft und dann hinein in die ganze Welt? Die Mutter Teresa, die fordert uns ganz schön heraus. Leuchtet das Licht von Christus von uns aus? Das ist eine Herausforderung für mich. Ich möchte heute Morgen noch ein bisschen Zeit nehmen, dass wir dann noch das nochmal reflektieren. Was redet der Herr in unser Herz? Wie können wir die Kraft Gottes freisetzen? Durch unsere Aktionen und Handlungen. Dass wir seine Gegenwart dort verteilen können. Weil, meine lieben Freunde, wenn ihr mal da in der Welt umherschaut, das ist, was diese Welt richtig braucht. Ich lebe in Amerika, in einem Land, wo dieser Kulturkrieg ist. Ja, die sind so gegeneinander. Wir müssen das verändern, transformieren. Wir können das auch. durch Handlungen der Liebe. Oder wir leben in einer Welt, wo eine große Verfolgung ist für die Gemeinde. Wie werden wir das überwinden? Da gibt es Leute, die wollen unsere Brüder und Schwestern töten. Wir müssen das überwinden durch die Liebe. Wir leben auch in einer Welt von gewaltigen Möglichkeiten. Aber wir leben auch in einer sehr zerteilten Welt. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Folge mir nach. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. und wenn wir ihm folgen, dann sind wir wie Instrumente, die sein Leben in diese Welt reinbringen. sind wir willig, ja zu sagen. Hier bin ich Herr. Führe mich. Zeig mir den Weg. Zeig mir, was ich tun soll. Und wenn wir wirklich bereit sind, ihm zu gehorchen, dann werden wir auch seine Kraft erleben in unserem Leben. wollen wir uns eine Zeit nehmen, wo wir ihm auch antworten können. Ich möchte euch eine Möglichkeit geben, ihm zu antworten. Eine ganz einfache Art. Ich möchte euch bitten, wenn ihr da antworten wollt, aufzustehen und dem Herrn so Zeichen zu geben. Dann wird man eine Zeit haben von Gebet. Aber lasst uns kurz einen Moment der Ruhe haben. Gebet. Gebet.